Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beamer und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play God of War. Alles klar Leute, legen wir mal an jetzt, nachdem wir diese Weldenschlange da... Wie lange glaubst du bist da schon hier? Eine sehr lange Zeit. Okay, nachdem wir diese Weldenschlange in der letzten Folge da gesehen haben, das war echt ein krasses Ungetüm gewesen. Guck mal, da sieht man das sogar noch ein bisschen. Also ist das ein bisschen ziemlich obviös eigentlich. Was ist denn das da vorne? Okay, auf jeden Fall kann ich hier nichts machen. Wir haben jetzt übelst viele Sachen aufgedeckt, ne? Das Wasser ist jetzt ein bisschen runtergegangen, weil die Schlange sich da bewegt hatte und da hinten ist irgendwie auch noch was, da hinten ist noch was und so. Also mal gucken, ob wir dann auf jeden Fall, sollten wir da später nochmal hinrudern. Würde Sinn machen. Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprösslegen. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Was der wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab. Hast du zufällig wieder irgendwas für uns? Was von Interesse sein könnte? Wendet überall so herum? Puh! Fang! Der Haufen Steine da. Mit diesem Schlüssel von Iktrasil könnt ihr eine magische Tür zu den Ästen des Weltenbaums öffnen. Eine Abkürzung zwischen den Welten. Wenn ihr sie in der Welt seht, könnt ihr damit schnell zu mir zurückkommen. Geht aber nur in eine Richtung. Direkt hierher und sonst nirgendwo hin. Und was ihr auch tut, werft euch niemals. 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 Nie über den Rand des Weges. Es sei denn, ihr sucht den Tod. Das würde natürlich nichts bringen. Okay. Den Weg zum Turm beschreiten. So, das ist einfach nur ein Schnellreisepunkt, womit wir dann sehr schnell wieder hierher kommen, wenn ich das richtig verstehe. Okay. Wüstiges Tor. Proxladen. Ja, wie gesagt, mich würde mal sehr interessieren, ob wir irgendwann nochmal hier hinkommen können oder so. Vielleicht ist das auch nicht so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Kann doch sein, dass es linear ist. So, gut. Aber jetzt können wir es ja nicht benutzen. Also wenn ich ihn richtig verstanden habe. Ach, guck mal hier. Wie sogar die Flange hier eingezeichnet ist in die Karte. Aber wirst du, was sein könnte? Guck mal. Hier werden wir irgendwann wahrscheinlich auch sein. Und vielleicht können wir dann von hier aus dann wieder hier hin oder so. So, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Wie groß ist denn die Karte eigentlich? Ziemlich groß. Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. So, wenn ihr euch das richtig verstanden habt, kann ich ihn einfach hierhin zurück teleportieren. Aber von hier aus hin teleportieren irgendwo anders hin kann ich erst mal nicht. Und das ist leer. So, die Frage ist, wollen wir irgendwie nochmal Rüstung upgraden oder so? Oder wollen wir uns erst mal dabei blasen? Wir könnten mal von dem kleinen Jungen das vielleicht mal machen. Sagt mal, ihr seid nicht zufällig an einen gammeligen Kerl geraten? Mittelgroß, spür keinen Schmerz, klingt betrunken. Ist aber einfach nur langsam im Kopf. Hey, was meinst du, wie ich das finde? Wenn ich mit Asen Handel treiben wollte, hätte ich meinen Laden neben meinem Bordell eröffnet. Oder einer Kampfarena. Oder einem Kampfbordell. Äh, hat der Asen gesagt, wie die Götter? Nein. Gerne, abgeöffnet. Jo, der Kleine soll das ja nicht wissen. Der scheint ist allgemein noch nicht so richtig, na ne, der weiß noch nicht Bescheid. Über seinen Vater und die anderen Götter, etc., etc. So, äh, was, wir können jetzt Angst und herstellen? Ach, wie cool. Das ging davor, glaube ich, noch nicht, Leute. Okay. Plus neun Stärke, das würde den Schaden immens boosten nochmal. Was haben wir hier? Hüftrüstung. Ach, cool, 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 cool. Ja, da würde ich auf jeden Fall machen, was geht, ey. Definitiv. Ich weiß nicht, ob das davor auch schon ging. Ich glaube nicht. Kann so eigentlich, ich habe keinen Plan gerade. So gut, äh, dann würde ich erstmal Stärke weiter boosten. Aus der Probe, das ist im Kampf. So. Ja, aber ausrüstung. Hätten wir. Dann Hüftrüstung. Ja, ist halt die Frage, ne. Aber ich, ich, ich gehe weiter voll auf Damage, Leute. Mir macht das Bock. Sag das mit Stolz von uns, Kerl. So. Was soll sein, Jungchen? Okay, was soll man dir mal geben? Erhöht Atreos Erholungsgeschwindigkeit nach genöchsten Angriffen. Nahkampfschaden. Das ist geil, verkürzt die Fallnachleidezeit des Klauenbogens. Also, der Cooldown wird reduziert, wenn ich das richtig verstehe. Und guck mal, da kriegt der aktuell, hat er voll grau an. Und dann ist es so orange oder so. Okay, herstellen. So. Da habe ich dich nämlich jetzt auch besser im Blick, wenn du das nächste Mal im Nebel wieder vorrennst, mein Bruder. Achs, knauf. Okay. Dafür haben wir leider zu wenig. Ach, das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir haben so wenig Hacksilber dafür. Gut, das machen wir dann das nächste Mal. Gut. Alles klar. Aber die Rüstung und so, das hat das mal schon ziemlich viel gebracht. So, verbessern wir nochmal auch später. Kaufen, Zauber. Ein Zauber der Vitalität um drei erhöht. Okay. Da würde mich mal interessieren, ob das die ganze Zeit zielt. War wahrscheinlich, ich kann es mir vorstellen. Ja, ich weiß nicht, die Artefakte, will ich die verticken? Okay, kein Nutzen steht da. Dann können wir die verkaufen, Leute. Das war ein ausgezeichneter Handel. So. Auf Wiedersehen. Jo, gleich, ich will mal jetzt eben was nachgucken. Gefallen, Aufträge, Schatzkarten, alle Fakten. Okay, das ist alles noch markiert. Das wollte ich jetzt eigentlich nur nachschauen gerade. Also, wir können das trotzdem noch vervollständigen, auch wenn wir das Zeug nicht mehr dabei haben. Gut zu wissen. So, gut, Leute. Ja, ich würde ganz schnell meinen Knauf und so noch verbessern. Glauben, Bogenverbesserung ist auch da. Thomas Marx, Knauf. Abklingzeit plus vier. Okay, da würde ich diesen gebogenen Erholungsgriff nehmen. Damit können wir den Cooldown reduzieren. Das klingt eigentlich ganz gut. Ausrüsten. Nice. So, haben wir noch irgendwas Interessantes. Talisman haben wir einen gefunden. Gebt mir den Kotzen. Nö, nö, ich würde den erstmal behalten, den wir jetzt aktiv haben, wo wir immer ein Leben dazu bekommen. Ich denke, wir haben jetzt das mal alles verbessern. Ja, nö, das würde ich jetzt erstmal noch lassen. Weil das kostet dann immer gleich relativ viel. Können wir uns mal so einen Zauber noch kaufen? Einfach aus Testzwecken. Utilität, Abklingzeit. Lass mal noch das hier holen. Abklingzeit wird um drei erhöht. Kaufen. So. Okay, den kann ich nur einmalig kaufen. Habe ich den jetzt immer aktiv oder was? Abklingzeit ist jetzt auf vier. Also es ist noch nicht aktiv auf jeden Fall. Alles klar, Leute. Also Magiekampf wird erst später noch freigeschaltet. Dafür müssen wir unsere Reise fortsetzen. Also werden wir dementsprechend auch dann erst die Boni bekommen. Zum Beispiel jetzt von dem Item, was ich eben gekauft habe. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt deutlich stärker geworden. Und ich bin mal super gespannt, wie sich das jetzt im Kampf bemerkbar macht. So, okay, Leute. Ja, wir müssen jetzt hier über diesen, ich wollte schon Steg sagen, über diese Riesenbrücke da laufen. Das Schöne ist, hier hinten und so, wo wir anscheinend auch noch irgendwie hin können und so können wir alles später machen. Wir können ja hier dann über das Portal einfach wieder herreißen. Warte mal, da ist aber ein Symbol. Seht ihr das? Aber ich kann ja nichts machen. Ah, jetzt. Okay, interessant. Ein sehr dekadender Fahrstuhl. Was ist das? Ein Horn. Hier ist das Ende. Können wir reinblasen? Ohne die Folgen zu kennen? Sonst probieren wir auch alle Knöpfe und Hebel aus, die wir sehen. Die Folgen davon können wir absehen. Nein. Das hier ist etwas anderes. Wir müssen deine Instinkte schaffen. Och Mann. Ich will auch in das Horn blasen. Ich wusste es. Wir blasen in das Horn. Nein. Wir testen deine Entschlossenheit. Entschlossenheit? Die habe ich. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Warte mal. Ich tue es nicht, wenn du es nicht tust. Okay. Ich trinne mich mal um. So, und jetzt kannst du in das Horn blasen. Och Mann, schade. Ah, vielleicht können wir später noch in das Horn blasen. Mann, ey. So, gut, mal eine Runde. So, ich will jetzt kämpfen, Leute. Nice. Jetzt habe ich mir das vorgestellt. Adrios, fortgeschrittener Kampf. Adrios fühlt sich nun sicher im Kampf und unterstützt Kratos, indem er Gegner physisch angreift, wenn sich ihm eine Möglichkeit bietet. Diese Fähigkeiten, ne, diese Fähigkeiten, jo, können im Fähigkeitenmenü verbessert werden. Ja, das wissen wir. Alter, knallt das jetzt rein. Oh, ho, 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 ho. Na du. Nice. Ah, komm, komm! Oh, ho, 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 ho. Das macht so ein Sparg. Kommt ihr durch den Turm hindurch zum Berg. Gesundheitsschub. Also es bringt nicht super viel der Gesundheitsschub, aber besser als nichts. Die sind ja Cooldown davon. Ziemlich hoch. Na gut, so geil ist es dann doch wieder nicht. Vielleicht sollte ich dann doch irgendwann mal was anderes nehmen. Das Spiel macht so Spaß, Leute. Das ist auf jeden Fall wieder eine Kette. Da hinten ist ein Boot. Wir sollen eigentlich hier hin. Aber ich würde trotzdem mal kurz gucken wollen. Es lohnt sich nämlich. Wie wir gesehen haben, brauchen wir sehr viel Hacksilber. Ich will ganz stark werden. Und toll. So, ja, mit dem Boot will ich jetzt eigentlich nirgendwo hinrudern. Wie gesagt, das verschiebt man dann alles auch später. Aber hier können wir auch nochmal kurz rumschauen. Kann ja sein, dass da dann irgendwas Nützliches ist. Neues Stock gefunden. Geheimer Bereich entdeckt. Wachturm. Wow. Ich kann mir vorstellen, wenn ich das kaputt mache, das sieht so aus, als würde es explodieren. Ich weiß es nicht. Okay, cool. Habe ich richtig eingeordnet? Diese rote Vase. Ah, mein. Na, schieß. Kann ich sie eigentlich auch so treffen? Geht das? Ja, das kann ich. War das in Ordnung? Sei konzentrierter. Oh. Okay. Äh. Sind das die roten Dinge? Eigentlich nicht, ne? Eine Art Zeichnung. Vielleicht eine Karte. Oh. Vielleicht eine Schatzkarte. Ich bin nicht so. Ja. Oh. Belohnung. Seltener Zauber. Ein Stück Leib. Leib. Fünf Stück. Feesten. Ah, von dem Stall wieder. Und beim Feesten. Festen. Oder? Sag mal. Feesten? Festen? Festen wahrscheinlich. nicht und 6000 von dem silber mut so knier herrscher übermann und bestie ich besuchte sein königreich um zu sehen ob er alles zum schmieden der legendären rüstung hatte aber ich sah nur tod und leid diese gabe ist vor all diejenigen die unter des zwergen königs weg zum rum litten so gut leute also hier ist eine rune davon hat die habe ich schon gesehen dass die 2 das die dritte her ja okay ich verstehe dann sollten wir sie gerade das auch was davor ist ja auch was davor das auch was davor gut das war zu früh nein doch beim mit absicht so und das ding schnell ist das aber das gibt es doch nicht so nächste versuch so schnell mhm Okay, ich will mal meinen, das hat sich durchaus gelohnt. Müssen wir Räuberleiter machen, oder was? Nee. Ich kann mir ja vorstellen, dass wir hier später irgendwie einen Shortcut freischalten oder so. Aber wir kommen erst mal nicht hoch. Räuberleiter geht auch nicht. Hey, pass auf. Du sollst aufpassen. Hör auf. Okay, Leute, alles klar. Moment, ich kann es uns nochmal hier gegen holen. Nee, hier tut sich aber nichts. Okay, cool, dann machen wir das mal durch die Tür. Ziemensweise durch das Tor. Oh, du Scheiße. Spinnst du? Alter. Spinnst du? Ich kann sie nicht lesen. So, wann kannst du denn was nicht lesen? Du kannst immer alles lesen. Das ist mir die Rage ärgert nicht gerade. Das ist echt furchtbar. Gift. Gift ist scheiße. Ich kann sie nicht lesen. Ja. Also gehe ich mal fest davon aus. Ich kann sie nicht lesen. Dass du das hier auch sagst, genau. So. Ah, cool. So eine Tafel. Hier ist noch eins. Sieh mal, das ist die Weltenschlange. Sie ist so viel größer, als ich dachte. Da, sie hat Tor gebissen. Oder wird ihn beißen, offenbar. Die Prost. Das verwirrt mich gerade. Ich kann mich bestimmt aufklären, wie das hier gemeint ist. Weil das ist doch nicht Tor. Ist das Mutter Erde? Wenn das die Weltenschlange ist, wisst ihr? Aber ohne Scheiße, gibt es da bestimmt Leute, die ich da übelst auskennen und so. Könnte ich mir vorstellen. Ich könnte mich gerne mal aufklären, wie das gemeint ist. Hätte sein können, so an der Zitze von Mutter Natur oder Mutter Erde oder so. Wisst ihr? So, okay. Hier müssen wir weiter. Also das mit dem Gift ist jetzt ein bisschen uncool, oder? Okay, ich verstehe. Ich schaue mich nur noch mal um. Nicht, dass ihr doch noch irgendwo irgendwie an Gang ist. Gibt's nicht nach oben, oder? Kann sich da halt wirklich nie so sicher sein, ne? Oh. Das war knapp. Äh, was ist denn das da vorne? Hier können wir nach oben. Interessant. Oh. Das ist in der Endzeit Sitz 1 hier. Das wird nichts, mein Bruder. Bäm, Alter. Krass, wie wir jetzt ranknallen. Wurm von dich da. Tatzelwürmer töten. Treffen sie mehr dieser exotischen Gräber, indem sie die Landschaft... Ja, bla bla bla. Okay, wir sind einfach ganz viele davon können. So. Mach's. Hey, ein Sprach-Schiffre-Teil. Wir sollten weitersuchen. Wat? Muspelheim-Schiffren gefunden. Schiffren. Schiffren, Schiffren. Schiffren, oder? Ähm. Damit kann ich nicht interagieren mit dem Ding? Okay, Moment, wir gehen mal ein Stück zurück hier. Von hier aus. Das bringt nichts. Aber irgendwas müssen wir doch damit machen können. Das sieht voll krass aus, Leute. Das Kreisdrücke. Nee, passiert nichts. Okay, komisch. So, gut. Ja, wir machen einfach hier nach oben. Ich meine, wenn ich jetzt hier hochgehe, komme ich doch eigentlich nur wieder zurück, oder? Wobei, guck mal, da oben ist auch noch irgendwas. Reichen wir das? Moment. Das ist halt schon krass, wie viele Secrets hier in dem Spiel sind. Werfen kann ich jetzt nicht, wenn ich hier kletter. Nein, das geht nicht. Okay, ich kann also erstmal wieder nur zurück, wenn ich hier lang gehe. Aber wir können ja mal ausprobieren. Genau. Jo, immerhin ein bisschen Hacksilber. Was ist denn da im Wasser? Im Wasser? Was meinst du? Vielleicht brauchen wir auch Magie, um damit interagieren zu können, mit dem Dinger. Das könnte halt auch sein, ne? Äh, das ist so dumm, dann mach ich doch wieder zurück. Hier hoch komme ich aber auch nicht. Das ist ja... Ah, ne, sind wir jetzt weiter oben? Tatsache. Okay, cool. Sah es so aus, als wäre ich dann wieder unten. Aha, ich würde trotzdem interessieren, wofür diese Tafel da unten mal. Ich konnte damit nichts machen, Leute. Wow. Wirklich neblig hier. Ganz am Anfang sah es noch für schön aus. Noch ein Zwerg. Sollen wir... Nein. Er ist unbedeutend. Ach, äh, Entschuldigung, aber... Äh, woher hast du diese Axt? Das geht mir mich etwas an. Und, äh, das bezweifle ich gar nicht. Äh, die Klinge kenne ich. Das ist deine von uns, aber... Äh, die war nicht für dich gemacht, weißt du? Geh zur Seite. Ich... kann nicht. Die Frau, für die wir sie gemacht haben, äh, ich war... Naja, ich mag sie sehr und es würde mir etwas missfallen, wenn sich herausstellt, dass... Du mir was angetan hast. Sie gehörte meiner Mutter. Sie gab sie Vater vor ihrem Tod. Fae ist tot? Das tut mir sehr, sehr leid. Eine starke Kriegerin. Und eine gute Frau. Na gut. Ich... Verbessere diese Axt. Aber... Niemand hat darum gebeten. Ja. Ja. Stimmt. Aber deine Mutter. Sie hätte darauf bestanden, dass ich diesen Axt des Vandalismus behebe, den sie erlitten hat, durch... Meinen... Bruder. Ich wusste es. Du bist Brocks Bruder. Die andere Hälfte des Zeichens. Der Blaue ist dein Bruder. Ja. Doch ich bin wesentlich talentierter. Das stimmt. Schwörst bei Freya. Sie sollten alle an unsere Axt rum basteln wollen. Mach deine Arbeit nicht zunichte. Verbessere sie einfach nur. Ja. Aber... Kannst du sie bitte da drüben hin... hinlegen? Der Griff ist... Nein. schmutzig. Na gut, dann... Ich werde... Ich werde... Sieht eigentlich schon ganz cool aus, die Axt, oder? Mit dem neuen Griff und so. Ist das Blut? Woran arbeitest du? Oh, das. Ich nenne es den Himmelsträger. Dort auf dem Berg wartet ein Schatz mit... seltenen Ressourcen. Wenn ich ihn abbaue, muss ich alles nach unten bringen. Wie reparierst du ihn? Ich habe keinen Schimmer. Hat er jetzt gerade die Axt sauber gemacht? War diese Axt wirklich für meine Mutter? Oh, die würde ich überall erkennen. Ganz ehrlich, eine unserer besten. Gestält mit den dröhnenden Schreien von 20 Frost-Trollen. Ungefähr. Aber warum? Woher kanntest du sie? Sie suchte uns auf, damals am Anfang. Sie war... eine besondere Frau. Sie wollte Menschen beschützen. Für uns war es eine Chance, jemandem Macht zu verleihen, der damit Gutes tun würde. Sie sprach sogar unsere Muttersprache. Sie sagte... Mithurin Semgengur Eginvegum Hans. Gengur Egin. Genau. Sehr beeindruckend. Du hast ihre Augen. Weißt du das? Danke, Cindy. Nicht anfassen. Was? Hab ich nicht. Werde ich nicht. Ich komme später wieder. Ich fühle mich heute sehr kreativ. Auferstehungssteine sind jetzt in Leben verfügbar. Können erworben werden, damit Atreos Kratos wiederbeleben kann. Okay. Was kostet das denn? 1000. Ja, weiß ich nicht. Ich darf jetzt eigentlich nichts ausgeben. Muss nicht sein. Das können wir später machen, wenn wir wirklich drinnen schwimmen in diesem Silber. Aber aktuell ist es einfach nicht so. So. Gut. Oder eben nicht. Passt das mal. Okay. Alles klar, Leute. So. Dann würde ich an dieser Stelle erstmal Schluss machen mit dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen über einen Down und über Feedback. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Folge dann wiedersehen. Also. Bis dahin. Macht's gut, ne? Tschüssi.